Lautes Knallen heilte heute Nachmittag durch das Allee-Center. Beim öffentlichen Training demonstrierten die Schwergewichte Tom Schwarz und Agit Kabayel vor der Boxgala am kommenden Samstag ihr Können. Auch die beiden SES-Boxer Adam Deines und Jürgen Uldedai waren vor Ort, um einen kurzen Einblick in ihre Boxkünste zu geben. Für Fans gab es auch die Möglichkeit, ein Autogramm oder ein Foto mit dem Idol zu erhaschen. Präsentiert wurde das Training von dem koreanischen Erlebnisrestaurant Sunhee. Wir stellen öfters ein offizielles Essen für das SES-Team. Wir bieten zum Beispiel Erlebnisküche, das traditionelle koreanische Barbecue. Da freuen sich auch die ganzen Team, die ganzen Boxer. Die Freude auf den kommenden Samstag ist groß. Wer die Boxer noch einmal sehen will, ist am Freitag zum offiziellen Wiegen in der Merkur-Spielbank Magdeburg eingeladen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Vielen Dank.